Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pack-Opening hier auf diesem Kanal, wie ihr seht, ich habe sie mittlerweile, ich liebe sie, und auch den Dependenten-Pinken. Wir haben heute 22 Orbs, die wir aufmachen müssen, ein bisschen bis vor uns, deswegen starten wir einfach mal mit dem ersten. Volcanic Wukong. Wukong ist jetzt nicht so mein Champions-Spiel, ich jetzt nicht so häufig, ist von daher eher so in der unteren Riege angesiedelt. Nummer 2. Oh. Ich muss kurz die Mentale aufvorbereiten. Gemstone. Dankeschön, League. Next one. Oh, die Demon-Wai ist cool, aber glaube ich, habe ich schon. Next ist Enduring Swat Talon. Ist mit dem, ich glaube, es ist mit Irea und Yi zusammen rausgekommen, ist an sich ganz cool. Ich nehme auf jeden Fall mit rein in den Loot. Pharao Nidani. Ich habe bessere Nidani-Skins, aber so ein schöner Skin. Ah, nee, nee. Einfach nee, right? Einfach nee. SKT-T1-Jax. Ähm, ist ein SKT-Skin, von daher ganz cool, aber ist halt ein Jack-Skin. Und ich spiele Jacks genau... Gar nicht? Okay. Next round. Oh, Spectacular Sivir. Das ist, glaube ich, den Sivir-Skin. Den habe ich schon, so ein älterer. Aber die Sivir-Skins... Ich wollte einen Aldi-Carrie-Skin, ne? Oh, Championship K6. Den bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich mir letztes Mal gecraftet, als ich ihn gekriegt habe. Next, Void-Bringer Ilawi. Why not? Nehmen wir mit. Oh, da ist der erste Legendary. Project Vayne. Ähm, Vayne-Skins sind fast... Na, wohl... Die neueren Vayne-Skins, wir definieren das mal neu, sind eigentlich durch die Reihe weg echt gut. Und ja, deswegen nehmen wir den auf jeden Fall mit. Cool Party Six. Ähm... Ja, Six ist ja in letzter Zeit nicht so der Champion, der gut viel gespielt wird. Ich mag ihn sehr an sich. Hm. Nee. Habe ich aber auch Alternative. Wie war das mit den Checo-Skins? Habe ich da nicht gerade was zugesagt? Danke. Ähm, ja. Prestigious LeBlanc. LeBlanc-Skin. LeBlanc, auch einer meiner eher Lieblings-Champions, obwohl ich ihn nicht so gut kann. Aber ist ja Wayne. Ice-Drake-Shiwana. Ähm, ja, ist doch. Ist ja nicht ganz cool. Hextech-Sion. Ähm, nom, 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 nom. Ähm, ja, ich glaube, des Lumber-Dingens. Ja, Holzfäller ist besser. Oh, ich muss mich ganz kurz wieder breit machen. Tief in mich gehen. Ist das ein Pool Party Mundo? Cooler Skin. Aber jetzt, jetzt kommt's. Gemstone Nummer zwei. Sehr schön. Next one, Nottingham Astrid. Den habe ich schon. Das ist ein cooler Astrid-Skin. Oh, Galaxy Slayer Z. Den ist legendär. Sehr schön. Okay, Jackpot. Und ein Outback-Renic. Okay, Outback-Renic in der Zone. Astronaut-Timo. Der Teufel ist unter uns. Der Teufel ist gelandet. Bitte töten. Okay. Dann öffnen wir jetzt noch diese Bag. Kokorab-Avors. Oh, cooler Skin. Snowdeckner. Ja, ist in Ordnung. Candy. Ja. Aber die 1520. Nicht mal mit. Aber wieder ein bisschen mehr. So. Dann gucken wir mal. Ein bisschen viel. Habe ich den jetzt schon? Ja, den habe ich noch nicht. Wir gehen mal wieder auf Activable. Gucken mal, was wir davon schon haben. Und was wir machen können. Die werde ich tatsächlich... Ich habe genug davon. Jetzt kann ich sie eigentlich disentscheiden. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Cosmic Dawn Rakan. Äh, so ein Sorakanskin, den ich durchaus cool finde. Weiter. Next one ist... Äh, nee, nee, nee. Äh, ich habe schon. Die habe ich auch schon, ne? An dem Astro-Thema habe ich auch schon. Oh mein Gott. Na gut. Zack. Ein bisschen Mix-Up hier rein. General... Ja. Also den Endurings-Dings habe ich auch schon. Oh, okay. Hi, nun TF. Äh, okay. TF-Skin. Okay. Äh, so. Die... Den und den Shaco-Skin. Slay Battle. Katharina... Ah, Katar-Skin. Katar ist jetzt auch nicht so mein Champion. Aber für... Ja, ist okay, glaube ich. So, wir haben jetzt hier noch den Shaco-Skin. Den Nidalee, Pharoah und den. Die ist auf jeden Fall noch des Enchanten. Oh, da kriegen wir noch ein Hextech-Chest. Ein Hextech-Key. Und ne... Oh. Einfach komplett Hextech. So, dann machen wir die Kiste nochmal auf. Und... Oh, Birdio. Und... Let the Gemstones rain. Krass. Okay. Ähm. Joa. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich jetzt noch rerollen würde. Oder ob ich jetzt nur noch Skins hier habe, die ich... Ach komm, da habe ich bessere Skins. Den Ice-Drake. Da habe ich auch bessere. Und... Ah, sieh, und hier auch mal weg. So. Wir brauchen wir auch noch. Joa. Hat sich doch gelohnt. Äh, Tigre Brau. Sehr schön. So, jetzt gönnen wir uns noch. Und zwar... Ich habe zweimal Vi hier drin. Eine Heartbreaker und Demon Vi. Demon Vi ist eigentlich echt cool. Na komm. Upgrade nochmal hier. Zack. Ich muss so viele Skins gerade machen. Das wird schon wieder auch echt Wahnsinn. Äh, Aurion Sol. Ich werde den nur noch da drin lassen. Aber der Siviskin, den müssen wir auf jeden Fall machen. Weil, ist halt ein Siviskin. Ist ein Adi-Carry. Adi-Carry ist müssen gemacht werden. Ähm, für Garni habe ich auch noch keinen vernünftigen Skin. Aber der ist halt auch nicht vernünftig. Das ist das Problem. Braum. Ja, komm, den Center Braum können wir uns auch nochmal gönnen. Wenn wir schon den Artigre kriegen, gönnen wir uns heute auch noch den Center Braum. Da muss ich tatsächlich mal gucken. Ich glaube, dann habe ich schon wieder alle Braum Skins. Ah. Ähm, okay, die restlichen nehmen wir uns mal auf. Gucken wir mal rein. Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Wenn ich jetzt, äh, ja, ja. Ne, wird eh nicht anders angezeigt. Braum, eigentlich, oh, hoppala. Ja, tatsächlich habe ich dann wieder alle Braum Skins. Wann ich aber nochmal drei von fünf? Schau. Ah, und? Den habe ich. Ah, der, äh, Braum Lionheart fehlt mir hier. Wird mir nicht angezeigt, dass ich ihn habe. Aber ich habe ihn ja jetzt. Äh, äh. Roar, 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 Account. Chases me. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Oh, mit dem Skin hier elf. Also, kann sich wieder sehen lassen. Oh, ich habe noch ein Refound left. Okay, was weiß ich, gibt es hier irgendwas, was ich... Ja, ne, die habe ich ja extra gekauft. Jetzt ist halt das nie. Nie, nie. Nie. Ich könnte die jetzt refunden und wir für günstiger holen, aber das, pff, das ist der Refound nicht wert. Ja. Gut. Äh, genau, und damit war es das auch schon wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Pack Opening. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.